Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man inhaltlich schon was einbringen muss und verpacken muss in die Trainings. Wichtig ist vor allem auch, dass neue Freundschaften gefunden werden, dass die Kinder auch mit Eltern dann auch viel zum Turnen haben, dass sie mit denen kommunizieren und dass sie im sozialen Bereich auch zusammenfinden. Das war's für heute.